Nominiert für den Deutschen Fassadenpreis 2020 für vorgehängte hinterlüftete Fassaden. Pavillons für Musikstudierende der UDK in Berlin, Architekt TRU Architekten Berlin, Bauherr Universität der Künste Berlin. Vorgestellt von Jurymitglied Jan Kliebe. Universität der Künste in Berlin. Überräume für Studierende. TRU Architekten. Preisgerichtsbeurteilung. Die Universität der Künste in Berlin an der Bundesallee ist ein historischer Schulbau mit einer horizontalen Gliederung des viergeschossigen Gebäudes mit feindetaillierter Ziegelsteinfassade in changierender ockerorangener Farbgebung. Auf der straßenabgewandten Seite des symmetrischen Altbaus im Park werden in den Nischen der Vor- und Rücksprünge des Hauptgebäudes von TRU Architekten zwei leicht umhüllte Volumen ergänzt. Die schwingende, flirrende, hauchdünne Fassade aus gewähltem, perforiertem Kupfer fügt sich harmonisch in den Universitätspark ein. Die kleinen Überraumhäuser beeindrucken durch einfache, aber präzise ausgeführte Wellenränder und Ecken. Für die sieben Überräume werden vorgefertigte Raummodule aneinandergefügt und mit der leichten Vorhangfassade dem Ort angemessen veredelt. Die Unterkonstruktion aus Aluminium wird auf schwarz lasierten Holz-Dreischichtplatten montiert. Respektvolle Zurückhaltung der Neubauten, gepaart mit einem glitzernden Augenaufschlag, der bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen mit wechselnden Transparenzen spielt, hat die Jury von der Qualität der Bauten überzeugt.